Dieses Casino wirft Milliarden ab. Die Gewinne waren noch nie so hoch wie jetzt. Und was ist mit den aus dem Casino oder in dessen Nähe verschwundenen Menschen? Für wen arbeiten Sie, den National Enquirer? Was ist denn da los? Es gab ein Problem. Der Wagen 84 wurde überfallen. Ich hab ne Bombe für euch! Oh fuck! Johnny und Clyde haben gestern Abend eine Tankstelle überfallen. Was ist da zu sehen? Nicht mal eine Autostunde von hier. Wir wollen ein Casino abzocken. Bist du dabei? Oh scheiße, die ganze Gang ist da! Wir gehen rein, holen uns das Bargeld und dann gehen wir so zurück wie wir gekommen sind. Was ist mit den Wachleuten? Die legen wir um. Danke, Stromfrau. Hände oder Füße? Dann entscheide ich das für dich. Hör auf mit dem Theater. Ich muss leider meinen Posten verlassen. Wir haben den besten Sicherheitsdienst der Welt. Genau sowas hab ich gemeint. Zieh dir das an! Dreh nicht. Dreh mich rein. Ich kann Nicolas Füße nicht vergessen. агenb Untertitelung des ZDF, 2020